Ein Beispiel, Josef Görres. Görres ist uns auf diesen Blättern schon mehrmals vorgekommen. Als junger, übermütiger Geistesabenteurer zur Zeit der Französischen Revolution, als gereifter, aber grimmig-zorniger Mann während der dramatischen Monate von Napoleons Fall. Nun begegnen wir ihm noch einmal. Ohne ungewöhnlich alt zu werden, durchlebte er auch die ganze Epoche noch, von der in diesem Kapitel die Rede ist. So viele historische Gestalten muss eine einzige Generation schauen und so gut sie kann, sich ihren Reim auf sie machen. Görres mag uns zum Beispiel dafür dienen, wie ein starker, wacher Geist seinen Weg durch die Wirrnisse der Zeit suchte. Er gehörte zu denen, die über den Ausgang der letzten Napoleon-Krise tief enttäuscht waren. Ein deutsches Reich hatte er sich erhofft, mächtig nach außen, frei nach innen. Stattdessen gab es Metternichs vornehme Leisetreterei. Preußen, nach kurzem Schwanken, machte das mit. Die Männer, die sich eine kräftige Führung Deutschlands durch Preußen erträumt hatten, mußten sich ins Privatleben zurückziehen. Stein zuerst, später Humboldt. So auch Görres, dessen rheinischer Merkur verboten wurde, nachdem er gewagt hatte, die Reaktion in Preußen anzugreifen. Görres war preußischer Untertan jetzt. Seine Heimat, das Rheinland, war ja auf dem Wiener Kongress zu Preußen geschlagen worden. Die Neugestaltung der Provinz, ihre Vereinigung mit den so wesensverschiedenen Ländern Altpreußens, ging nicht ohne schwere Verdrießlichkeiten vor sich. Wobei er sich zum Verteidiger seiner Landsleute machte. Seine These war, dass die Rheinprovinz nicht erobert, sondern durch Vertrag mit Preußen vereinigt worden sei. Das also in Sachen ständischer Vertretung, wirtschaftlicher Interessen, der Freiheit und Gleichberechtigung der Konfessionen, die Bürger dem König gegenüber ihre Rechte hätten. Darüber hinaus nahm er die Partei der enttäuschten Hoffnungen, der unterdrückten Unruhe. Seine Schrift »Teutschland und die Revolution« erschien 1819, nach der Ermordung Kotzebues und nach den Karlsbader Beschlüssen. Hier entwickelte Görres, 1815 auf dem Wiener Kongress seien geschichtlich falsche Entscheidungen getroffen worden. Deutschland wurde um eine neue Gestaltung betrogen. Der Deutsche Bund taugte nicht. Er war nur die heilige Allianz auf deutschem Boden, ein Spiel Europas und Europa spielen, kein Ding, das aus eigener freier Kraft existierte. Der Deutsche sei darauf angewiesen, in schöner Universalität allen Völkern anzugehören, ist die Lehre des Tages. Zugleich Schweizer, Trödeljude, Lakai und Klopfhechter der ganzen Welt soll er des Vaterlandes, das sie in Fetzen gerissen, nimmer gedenken unter Strafe und schwerer Ahndung. Alle Fratzen des Auslandes mag er sich umhängen. Als aber die Jugend versuchte, die eigene alte Sitte und Tracht zurückzuführen, da wurde es als die tollste Teutschtümelei gescholten und verhöhnt. Die Freiheit, die man in Süddeutschland allenfalls duldete, war nicht jene Teutsche, die zu gründlicher Freiheit noch die verhasste Einheit fügte. Es war nur französische Liberalität, die mit Napoleon sich ausgesöhnt. Man hasste unter den Regenten Bayerns, Württembergs, Badens die Erinnerung an das alte Reich. Ihre Staaten waren kalte Mechanismen, welche alles aus der Geschichte überkommene, natürlich gewachsene ausmerzten. Ihre Verfassungen sind nicht gesellige Vereine von selbstständigen Menschen zu wechselseitiger Bindung und Befreiung eingegangen. Es sind Bücher, deren Blätter einst gegrünt, dann zu Lumpen zerrieben, zerstampft und zu Papier gegossen, mit ihren ordinären Gedanken beschrieben, dann beziffert und eingebunden mit goldenem Schnitt, wenn Vergriffen jedes Mal in neuer Auflage wiedererstehen. So ist all ihr Tun ohne Segen, weil es allein auf den Dünkel aufgebaut. Österreich glaubte bloß der Ruhe zu pflegen, von der geistigen Bewegung Deutschlands sich ganz abschließen zu können. Aber so wohlfeilen Kaufes, bloß den Gewinn einstreichend, kömmt keiner von einer historisch gewordenen Verbindung los. Preußen hätte dank seiner ruhmreichen Leistungen im 18. Jahrhundert und wieder 1813 seinen Teil zur nationalen Neugestaltung leisten können. Aber man ergab sich in Berlin einer selbstsüchtigen, nichts als preußischen Politik. Dazu wie in Österreich der Gespensterseerei, einer bleichen Furcht vor der Revolution. Durch linkische, bösartige Unterdrückungsmaßnahmen stärkte man nur, was man aus der Welt schaffen wollte. Nach vier Jahren eines heftigen Parteikampfes, eines unsinnigen Widerstandes gegen die Ansprüche der Zeit und teilweise Einräumungen von der einen Seite und mancherlei Übertreibungen von der anderen, ist es endlich dahin gediehen, dass eine allgemeine Gärung der Gemüter durch ganz Deutschland sich bemeistert und eine Stimmung eingetreten, wie sie wohl großen Katastrophen in der Geschichte vorabzugehen pflegt. Was den tätigsten, ränkevollsten und verschmitztesten demagogischen Umtrieben für sich von unten herauf nimmer gelungen wäre, das friedliche, ruheliebende, nüchterne und gemäßigte teutsche Volk in allen seinen Elementen und Tiefen aufzuregen und zu erbittern, das haben die, so von oben die Sache bei dem langen Arme des Hebels angegriffen, durch behendes Entgegenkommen glücklich zustande gebracht. Und weiter? Nicht darum sind so furchtbare Stürme über Europa hergezogen, dass schon, während sie noch nachdonnernd am fernen Gesichtskreis stehen, jenes Reich der Mittelmäßigkeit, das sie zersprengt, sich wieder zusammenfinde, in dem jede Kraft ein Missklang ist, jedes Talent eine gefährliche Gewalt, jede Idee als eine Plage gilt und jede Erhebung und Begeisterung als eine gefährliche Nachheit behandelt wird. Nicht flache, abgegriffene und verschlissene Höflinge, die die Unbedeutendheit treiben wie ein Studium und das nichtige wie ein Geschäft, kann fortan die Geschichte brauchen. Die Bewegung der Studenten bezeichnete Görres als eine natürliche Reaktion gegen all das Falsche, als guten Versuch, doch wenigstens in einem Bereich dem Akademischen zu Wege zu bringen, was im Politischen jämmerlich verfehlt worden war. Selbst die Tat des Studenten Sand wollte er verstehen. Nicht die Tat, aber die Motive billigen. Für die Karlsbader Beschlüsse zeigte er noch mehr Verachtung als Hass. Den Lärm erbrochener Kisten und Kasten, das Gehen und Kommen der Gendarmen und Polizeihäscher, das hastige Überrennen aller rechtlichen Formen, das Verhören und Verriegeln, Verhaften und der Haft entlassen. Mit solchen Mitteln, prophezeite er, könne man den Strom der Geschichte nicht aufhalten. Die Revolution konnte man verhindern und sollte es auch, denn Revolutionen waren furchtbar. Eine deutsche würde wenigstens so schlimm und kriegerisch werden wie die französische. Sie würde mit der Vertreibung aller herrschenden Dynastien, mit der Zerbrechung aller kirchlichen Formen, mit der Ausrottung des Adels, mit der Einführung einer republikanischen Verfassung unausbleiblich endigen. Sie würde dann, wenn sie ihren glücklicheren Wallenstein gefunden, weil jedes revolutionierte Volk notwendig ein Eroberndes wird, über ihre Grenze treten und das ganze morsche europäische Staatsgebäude bis an die Grenze Asiens niederwerfen. Das sollte nicht sein. Aber auch nicht törichter Widerstand gegen den Willen der Zeit. Reform sollte sein. Dahin musste man zurückkehren, wo man vor vier Jahren in Wien von dem rechten Wege abgewichen war. Nicht um eine einzige Theorie, wie die von Rousseau konsequent zu verwirklichen, das lag den Deutschen nicht, lag überhaupt den Menschen nicht. Die Theorie ist scharf wie Schwertesschneide und wie Feuersflamme fressend. Alles Menschliche aber ist aus Entgegengesetztem gemischt und in milden Übergängen temperiert und seine Natur hasst wie das Gift alles Unmäßige. Kein jakobinischer Staat, kein nach einem einzigen Plan konstruierter. Deutschland brauchte Monarchie und Adel, wie es ein kräftiges, freies Bürgertum, eine ständische Vertretung der ganzen Nation, Freiheit der Meinung und Lehren brauchte. Maß, nicht revolutionäres Unmaß, Versöhnung, nicht Kampf. Aber zur Versöhnung gehörten zwei. Nachdem Görres so gewaltig zum Guten geredet, befahl der König von Preußen seine Verhaftung. Der große Publizist mußte fliehen. Da kein deutscher Staat ihm Sicherheit gewährte, ging er nach Frankreich, ins Elsass. Im Denken von Görres finden wir manches für jenen Augenblick Charakteristische. Wohl auch manches charakteristisch Deutsche. Liberal war er, aber nicht im Sinn des Liberalismus, der jetzt unter der wiederhergestellten Monarchie in Frankreich praktiziert wurde und den er für eine korrupte, hauptstädtische Komödie hielt. Eine Neugestaltung der deutschen Dinge wollte er, aber sich anlehnend an uralte Überlieferung. Nährstand, Wehrstand und Leerstand, ein Parlament geteilt in Kurien, Bürgertum, Adel, Geistlichkeit. Gab es aber solche Stände noch, nach den Jahrhunderten des Absolutismus, im Jahrhundert des Bürgertums? Wenn es sie noch gab, würden sie die Träger einer zukünftigen Gesellschaft sein? Verlangte Görres, der so sehr an den Strom der Geschichte glaubte, hier nicht ein Umkehren, ein gegen sich selber fließendes Stromes? Darin ist er bezeichnend, dass er zwar den Fortschritt, eine Beimischung von Demokratie, wollte, aber beileibe nicht nach dem Vorbild jener, die sich in Frankreich allmählich herausbildete, eine germanische Demokratie, eine eigentliche Volksgemeinschaft. Dazu hätte es eines starken, guten Geistes bedurft, nicht bloß im einzelnen Publizisten, sondern in der Masse der Menschen, welche Deutschland ausmachten. Mit einer solchen dauernden Begeisterung, der Selbstüberwindung aller egoistischen Interessen, der Adel forderte Görres, sollte freiwillig und freudig so viele Steuern zahlen, wie er nur eben könnte, darf der Staatsphilosoph wohl nicht rechnen. In Straßburg, wo Görres mehrere Jahre als Emigrant lebte, kehrte er zum Glauben seiner Kindheit zurück. Er, der als junger Mensch die einträglichen Alphanzereien der schwarzen Zauberer verhöhnt hatte, wurde zum Streiter für die katholische Kirche. Der Heimatlose sehnte sich nach festem, zugleich diesseitigem und transzendentem Halt. Die Rückkehr wurde ihm erleichtert durch eine demokratisch-katholische Bewegung, die damals von Frankreich ausging, in Rom freilich kein Lob erntete. Der neue katholische Charakter seines Wirkens führte ihn schließlich nach Deutschland zurück. 1827 wurde er an die Universität München berufen. Preußen protestierte gegen die Anstellung des Demagogen und verlangte seine Auslieferung. Aber Bayern ließ sich nicht da reinreden. Görres lernte so die Vorzüge der deutschen Vielstaatlichkeit kennen. Man konnte in Berlin vogelfrei sein und in München Professor, geadelt sogar, ein hoch angesehener Mann. Im Alter arbeitete Görres viele Jahre lang an einem vierbändigen Riesenwerk, genannt die christliche Mystik. Es enthielt schöne und tiefe, aber auch wunderliche Dinge, so wunderliche, dass die Kirche selber von ihm abrückte. Görres kämpfte jetzt gegen die stärkste Tendenz der Zeit, wie er sie sah, den frechen Bettelstolz, die nüchternste, flachste Geistesarmut. Was die Naturwissenschaft begreifen konnte, gab dem Leben keinen Sinn, war nicht alles, durfte nicht beanspruchen, alles zu sein. Es gab ein anderes, höheres Wissen, beweisbar wie das physische. Leugnet mir, was die Beteuerung der Besten und Glaubwürdigsten in allen Zeitaltern wiederholt festgestellt, und ich leugne euch die ganze Weltgeschichte. Das bezog sich auf Teufels- und Gespensterspuk, den guten und den bösen Blick, die erprobte Wirkung von Weihwasser. Der Rationalist und Revolutionsvergötterer von 1793, der deutsch-tümelnde Romantiker von 1806, wurde zum Mystiker auf seine alten Tage. Nicht zum Mystiker nur, zum Lehrer aus Wissenschaft und halsbrecherischer Spekulation gemischter Meinungen, die man nicht anders als abergläubisch nennen kann. Von einem Extrem hatte Görres sich endlich zum anderen fortbewegt und war doch immer derselbe geblieben, ein redlicher Kämpfer für das Recht, ein Wahrheitssucher. Ein Beispiel Josef Görres Görres ist uns auf diesen Blättern schon mehrmals vorgekommen. Als junger, übermütiger Geistesabenteurer zur Zeit der Französischen Revolution, als gereifter, aber grimmig-zorniger Mann während der dramatischen Monate von Napoleons Fall. Nun begegnen wir ihm noch einmal. Ohne ungewöhnlich alt zu werden, durchlebte er auch die ganze Epoche noch, von der in diesem Kapitel die Rede ist. So viele historische Gestalten muss eine einzige Generation schauen und so gut sie kann, sich ihren Reim auf sie machen. Görres mag uns zum Beispiel dafür dienen, wie ein starker, wacher Geist seinen Weg durch die Wirrnisse der Zeit suchte. Er gehörte zu denen, die über den Ausgang der letzten Napoleon-Krise tief enttäuscht waren. Ein deutsches Reich hatte er sich erhofft, mächtig nach außen, frei nach innen. Stattdessen gab es Metternichs vornehme Leisetreterei. Preußen nach kurzem Schwanken machte das mit. Die Männer, die sich eine kräftige Führung Deutschlands durch Preußen erträumt hatten, mußten sich ins Privatleben zurückziehen. Stein zuerst, später Humboldt. So auch Görres, dessen rheinischer Merkur verboten wurde, nachdem er gewagt hatte, die Reaktion in Preußen anzugreifen. Görres war preußischer Untertan jetzt. Seine Heimat, das Rheinland, war ja auf dem Wiener Kongress zu Preußen geschlagen worden. Die Neugestaltung der Provinz, ihre Vereinigung mit den so wesensverschiedenen Ländern Altpreußens, ging nicht ohne schwere Verdrießlichkeiten vor sich, wobei er sich zum Verteidiger seiner Landsleute machte. Seine These war, dass die Rheinprovinz nicht erobert, sondern durch Vertrag mit Preußen vereinigt worden sei. Das also in Sachen ständischer Vertretung, wirtschaftlicher Interessen, der Freiheit und Gleichberechtigung der Konfessionen, die Bürger dem König gegenüber ihre Rechte hätten. Darüber hinaus nahm er die Partei der enttäuschten Hoffnungen, der unterdrückten Unruhe. Seine Schrift »Teutschland und die Revolution« erschien 1819, nach der Ermordung Kotzebues und nach den Karlsbader Beschlüssen. Hier entwickelte Görres, 1815 auf dem Wiener Kongress seien geschichtlich falsche Entscheidungen getroffen worden. Deutschland wurde um eine neue Gestaltung betrogen. Der Deutsche Bund taugte nicht, er war nur die heilige Allianz auf deutschem Boden, ein Spiel Europas und Europa spielen, kein Ding, das aus eigener freier Kraft existierte. Der Deutsche sei darauf angewiesen, in schöner Universalität allen Völkern anzugehören, ist die Lehre des Tages. Zugleich Schweizer, Trödeljude, Lakai und Klopffächter der ganzen Welt soll er des Vaterlandes, das sie in Fetzen gerissen, nimmer gedenken unter Strafe und schwerer Ahndung. Alle Fratzen des Auslandes mag er sich umhängen. Als aber die Jugend versuchte, die eigene alte Sitte und Tracht zurückzuführen, da wurde es als die tollste Teutschtümelei gescholten und verhöhnt. Die Freiheit, die man in Süddeutschland allenfalls duldete, war nicht jene Teutsche, die zu gründlicher Freiheit noch die verhasste Einheit fügte. Es war nur französische Liberalität, die mit Napoleon sich ausgesöhnt. Man hasste unter den Regenten Bayerns, Württembergs, Badens die Erinnerung an das alte Reich. Ihre Staaten waren kalte Mechanismen, welche alles aus der Geschichte überkommene, natürlich gewachsene ausmerzten. Ihre Verfassungen sind nicht gesellige Vereine von selbstständigen Menschen zu wechselseitiger Bindung und Befreiung eingegangen. Es sind Bücher, deren Blätter einst gegrünt, dann zu Lumpen zerrieben, zerstampft und zu Papier gegossen, mit ihren ordinären Gedanken beschrieben, dann beziffert und eingebunden mit goldenem Schnitt, wenn Vergriffen jedes Mal in neuer Auflage wiedererstehen. So ist all ihr Tun ohne Segen, weil es allein auf den Dünkel aufgebaut. Österreich glaubte bloß der Ruhe zu pflegen, von der geistigen Bewegung Deutschlands sich ganz abschließen zu können. Aber so wohlfeilend Kaufes, bloß den Gewinn einstreichend, kömmt keiner von einer historisch gewordenen Verbindung los. Preußen hätte dank seiner ruhmreichen Leistungen im 18. Jahrhundert und wieder 1813 seinen Teil zur nationalen Neugestaltung leisten können. Aber man ergab sich in Berlin einer selbstsüchtigen, nichts als preußischen Politik. Dazu wie in Österreich der Gespensterseerei, einer bleichen Furcht vor der Revolution. Durch linkische, bösartige Unterdrückungsmaßnahmen stärkte man nur, was man aus der Welt schaffen wollte. Nach vier Jahren eines heftigen Parteikampfes, eines unsinnigen Widerstandes gegen die Ansprüche der Zeit und teilweise Einräumungen von der einen Seite und mancherlei Übertreibungen von der anderen ist es endlich dahin gediehen, dass eine allgemeine Gärung der Gemüter durch ganz Deutschland sich bemeistert und eine Stimmung eingetreten, wie sie wohl großen Katastrophen in der Geschichte vorabzugehen pflegt. Was den tätigsten, ränkevollsten und verschmitztesten demagogischen Umtrieben für sich von unten herauf nimmer gelungen wäre, das friedliche, ruheliebende, nüchterne und gemäßigte deutsche Volk in allen seinen Elementen und Tiefen aufzuregen und zu erbittern, das haben die, so von oben die Sache bei dem langen Arme des Hebels angegriffen, durch Behendes Entgegenkommen glücklich zustande gebracht. Und weiter? Nicht darum sind so furchtbare Stürme über Europa hergezogen, dass schon, während sie noch nachdonnernd am fernen Gesichtskreis stehen, jenes Reich der Mittelmäßigkeit, das sie zersprengt, sich wieder zusammenfinde, in dem jede Kraft ein Missklang ist, jedes Talent eine gefährliche Gewalt, jede Idee als eine Plage gilt und jede Erhebung und Begeisterung als eine gefährliche Nachheit behandelt wird. Nicht flache, abgegriffene und verschlissene Höflinge, die die Unbedeutendheit treiben wie ein Studium und das nichtige wie ein Geschäft, kann fortan die Geschichte brauchen. Die Bewegung der Studenten bezeichnete Görres als eine natürliche Reaktion gegen all das Falsche, als guten Versuch, doch wenigstens in einem Bereich dem Akademischen zu Wege zu bringen, was im Politischen jämmerlich verfehlt worden war. Selbst die Tat des Studenten Sand wollte er verstehen, nicht die Tat, aber die Motive Billigen. Für die Karlsbader Beschlüsse zeigte er noch mehr Verachtung als Hass. Den Lärm erbrochener Kisten und Kasten, das Gehen und Kommen der Gendarmen und Polizeihärscher, das hastige Überrennen aller rechtlichen Formen, das Verhören und Verriegeln, Verhaften und der Haft entlassen. Mit solchen Mitteln, prophezeite er, könne man den Strom der Geschichte nicht aufhalten. Die Revolution konnte man verhindern und sollte es auch, denn Revolutionen waren furchtbar. Eine Deutsche würde wenigstens so schlimm und kriegerisch werden wie die französische. Sie würde mit der Vertreibung aller herrschenden Dynastien, mit der Zerbrechung aller kirchlichen Formen, mit der Ausrottung des Adels, mit der Einführung einer republikanischen Verfassung unausbleiblich endigen. Sie würde dann, wenn sie ihren glücklicheren Wallenstein gefunden, weil jedes revolutionierte Volk notwendig ein Eroberndes wird, über ihre Grenze treten und das ganze morsche europäische Staatsgebäude bis an die Grenze Asiens niederwerfen. Das sollte nicht sein. Aber auch nicht törichter Widerstand gegen den Willen der Zeit. Reform sollte sein. Dahin musste man zurückkehren, wo man vor vier Jahren in Wien von dem rechten Wege abgewichen war. Nicht um eine einzige Theorie wie die von Rousseau konsequent zu verwirklichen, das lag den Deutschen nicht, lag überhaupt den Menschen nicht. Die Theorie ist scharf wie Schwertesschneide und wie Feuersflamme fressend. Alles Menschliche aber ist aus Entgegengesetztem gemischt und in milden Übergängen temperiert und seine Natur hasst wie das Gift alles Unmäßige. Kein jakobinischer Staat, kein nach einem einzigen Plan konstruierter. Deutschland brauchte Monarchie und Adel wie es ein Kräfer